Rudolf Rudolf La 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 Dann an einem Nebeltag kam der Weihnachtsmann, Rudolf zeige mir, den Weg für den Schlitten sicher an. Nun hat er viele Freunde, überall ist er beliebt, weil es nur einen Rudolf mit der rote Nase gibt. War einst ein kleines Rehntier, Rudolf wurde es genannt, und seine rote Nase war im ganzen Land bekannt.